Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine USB-Steckdose richtig einbaut und vor allem auch anschließen kann, dass ich damit zum Beispiel mein Handy laden kann. Wenn du Bock darauf hast, bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür sind spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoller. Wenn die Anlage dann vom Stromnetz genommen und somit spannungsfrei ist, dann müssen wir unsere Leitung hier einmal um ca. 10 cm abmanteln. Und wichtig hierbei ist, dass wir auf jeden Fall ungefähr 1 cm hier hinten noch in die Hohlwanddose überstehen lassen müssen, dass hier natürlich auch eine entsprechende Zugentlastung gewährleistet ist. Danach kürze ich den meistbraunen Außenleiter und den blauen Neutralleiter um ca. 1 cm. Somit ist jetzt nämlich auch der grün-gelbe Schutzleiter hier etwas länger und im schlimmsten Fall, wenn die Steckdose im Anschluss nämlich irgendwie einmal herausgerissen werden sollte, dann fällt der Schutzleiter hier als letztes und wir haben einfach den bestmöglichen Schutz. Wenn wir das haben, dann isoliere ich einmal alle Leiter auf 11 mm ab, so wie es auch vom Hersteller meiner Steckdose empfohlen wird. Als nächstes achte ich darauf, dass meine Klemmlöcher nach unten schauen und dann gebe ich den grün-gelben Schutzleiter mal hier in die Mitte hinein, den blauen Neutralleiter hier links. Und persönlich mache ich es auch immer recht gern, dass der braune Außenleiter hier auf der rechten Seite angeklemmt wird. Wichtig ist, es ist vollkommen egal, welches der zwei Klemmen wir immer verwenden, da diese einfach elektrisch miteinander verbunden sind. Außerdem möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich jetzt auch hier braun und blau miteinander vertauschen kann, da die Steckdose natürlich auch um 180 Grad gedreht eingebaut funktioniert. Hier gibt es einfach noch keine Richtlinie, jedoch sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass in einem Haushalt die Steckdosen immer gleich angeschlossen sind. Ich habe mir angewöhnt, rechts ist der Außenleiter, links ist der Neutralleiter. Wenn alles richtig angeschlossen ist und meine Leite hier hinten gut verstaut sind, dann kann ich mal mit Vorsicht hier meine Steckdose dementsprechend in meine Befestigungsschrauben hineingeben. Das Ganze jetzt am besten mit einer Wasserwaage oder mit diesen vorgefertigten Linien hier ausrichten und dann einfach einmal festschrauben. Bei einer Unterputzlose habe ich ebenfalls die Möglichkeit, hier oben das Ganze mit einer Schraube zu befestigen oder auch hier unten. Oder ich verwende diese zwei Schrauben hier, wenn ich die nämlich jetzt im Uhrzeigersinn drehe, dann werden hier innen drin zwei solche Krallen nach außen gespreizt und das Ganze hält in meiner Unterputzdose auch bombenfest. Jedoch bei einer Hohlwanddose darf man diese nicht verwenden. Jetzt kann ich meinen Rahmen hier auch schon richtig aufsetzen und muss natürlich noch darauf achten, dass hier dieser USB-Anschluss auch an der entsprechenden Stelle ist. Bei mir habe ich hier oben zum Beispiel eine Öffnung, weswegen ich das Ganze jetzt auch hier einmal einsetzen kann. Zum Schluss hier in der Mitte an der Schraube die Blende noch festschrauben. Und sobald ich wieder Spannung auf meine Anlage gebe, kann ich erkennen, dass bei der Steckdose 230 Volt anliegen und mein Handy wird auch über diesen USB-Anschluss geladen. Und somit haben wir unsere USB-Steckdose jetzt auch schon richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so eine spezielle USB-Steckdose oder eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.